so damit hallo und herzlich willkommen zurück ich weiß gar nicht wollten wir hier irgendwas machen aber jetzt irgendwie ein paar fragst ne habe ich jetzt gerade gesehen ja dann wollen wir natürlich ein bisschen plündern genau also zumindest das was da ist auseinanderbauen es ist noch niemand da das ist gut ist allerdings nicht so gut hier genau schön vorsichtig was wird das was da rum fliegt auseinander das geht schon einfach ein bisschen titan haben wir gesehen super alles was das herz begehrt also ist angenehmer die perspektive finde ich wie besser schön damit genau alles können wir brauchen denn irgendwann zu groß macht im universum aufzusteigen jetzt die letzten die letzte nacht diese nacht ist das immer noch fleißig aufgenommen so dass ich schon großteil auch für für montag habe dass ich am wochenende ein bisschen mehr zeit für mich ab freizeit genießen genau einfach mal irgendwas anderes machen muss doch immer schönes drin sein oder komm mal ist doch schon was sauber geht doch ich auch gewundert bin ich schnell bitte ist er wahnsinn wahnsinn hammerhart es ist sehr gut dass wir das auseinander genommen das eine teil da war dann noch wirklich noch was drin krass so also was sagt das wir werden jetzt hier alles auseinander nehmen was hier noch da ist genau einfach nur damit ich weiß dass ich nichts verschenke so wie hier wo auch schon wieder was drin war krass bleib hier alles meins so das auch noch und hier den letzten rest das finde ich irgendwo der generator sein oder sowas habe ich es ja noch gar nicht gesehen gut war vielleicht schon zerstört das kann natürlich auch sein was soll das noch was tut denn hier näher und den letzten rest noch was ist denn das da hinten eigentlich uiuiuiuiui okay hier sind hier gerade jede menge wracks aufgetaucht kann es sein die waren doch eben noch nicht da ah nein kurs setzen da hin scheiße das sehen wir auch schon nicht gut ne das rot mhm kacke man ok wurde schon berechnet sehr schön jetzt was noch auseinander hier darauf nur irgendwas wertvolles zu finden da kommt schon los irgendwas hast du doch noch echt jetzt gar nichts hm oh das ist jetzt ungewöhnlich irgendwie finde ich dass es überhaupt nicht kaputt geht komisch sehr sehr seltsam so diamanten wow ok krass ich glaube diamanten hatten wir so in der art noch nie ok sie kommen näher das ist uncool mega uncool jetzt müsst ihr gleich aufladen mal ein bisschen raus also wir haben nur dieses ein asteroiden fällt da nah gut calidad Lungen, die jetzt halt auch rum, ne? Ist das irgendein Signal? Okay, ist mir egal. Ich springe jetzt da in diesen anderen Sektor und fertig ist. Das ist ja der Sektor beim Sprungtor, das heißt, wenn wir Glück haben, sehen wir auch ein paar schöne Sachen. Reparaturdock, was haben wir noch? Handelsposten, das ist ein Händler, an ihren Handelsposten, genau. Das ist auch noch so was. Wie viele Handelsposten das bitte hat? Hm, okay. Gut, gehen wir mal ran. Brauchen wir ein paar Batterien. Hm. Das wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Weil die Energie für den Turbo reicht echt nicht lange, ne? Güter handeln. Ja, Fusionskern haben wir was. Oder? Nee, Diamanten haben wir ja. Aber Diamanten handelt ja nicht. Nee. Ansonsten hast du nix, okay. Okay, ja, das kenne ich schon die Story. Wo ist denn hier der Wertstoffhof? Also, ihr wisst, was ich meine. Ja, wo ist es denn jetzt, das Ressourcending? Hier unten? Nee. Da ist es. Jetzt hat er es endlich eingeloggt. Puh, auch recht groß. Und man sieht hier kaum was, ne? Die Asteroiden hier links, die sind kaum zu sehen gewesen bis eben. Wahnsinn. Ach, echt groß. So, dann zeig doch mal. Da haben wir ein bisschen Eisen. Machen wir erstmal das. Oh, sehr guter Preis. Dann würde ich sagen, verkaufen wir nochmal 25.000. Ja, damit lässt sich auf jeden Fall erstmal leben. Okay. Das ist in Ordnung. Ich denke ich zumindest, ja. Da sollten wir zumindest für die nächste Zeit ein bisschen Ruhe haben. was unsere Crewmitglieder angeht. Also, wir können ja mal schauen, was wir jetzt eben bekommen haben. Ob da was vernünftiges dabei war. Bewaffnete Geschütze plus zwei, okay. Hm. Ich sehe jetzt nichts, was irgendwie... Geschwindigkeit, wow. Schade. Und ich kann es bisher noch nirgendwo verkaufen. Ist doch echt kacke. Warum nicht? Warum nicht? Hier geht ein kleines Sprungtor hin. Hier geht ein kleines Sprungtor hin. Sollten wir uns auf den Weg machen. Aber, das machen wir dann beim nächsten Mal. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zogger. Ja.